Spectra ist eine ausgezeichnete Marke der Türkei mit qualitativ hochwertiger Produktion, innovativen Hightech-Produkten und internationalen Partnerschaften. Spectra, die mit einem respektablen und sicheren Servicekonzept im Bereich der Verteidigungsindustrie mit einer Produktionsstätte auf einer Fläche von 170.000 Quadratmetern und mehr als 600 Mitarbeitern weiter wächst, hat ihre Tätigkeit 1995 in Tekirda, Chorlu aufgenommen. Sie hat bewiesen, dass sie über die erforderliche Institutionalität und Qualität verfügt, um mit NATO-Mitgliedern oder anderen großen Ländern anhand von verschiedenen speziellen Produktionszertifikaten wie das NATO-Sicherheitszertifikat, das nur selten Firmen erhalten, zusammenarbeiten kann. Dank dieses Qualitätskonzepts hat sie Auszeichnungen in internationalen Forschungen erhalten und hat es sich zur Aufgabe gemacht, über die Produktion hinaus mit eigenen Patenten auch den Sektor zu entwickeln. Vielen Dank für's Zuschauen! Spectra als scheinende Marke im Licht der Wissenschaft hat ihre Produktionsstätte für Gewebe und Bekleidung mit den neuesten technologischen Innovationssystemen ausgestattet. Gewebe und Bekleidung mit den Sektor zu entwickeln, Neben leistungsstarken Multispektral-Tarnnetzen, mehrschichtige ballistische Schutzplatten und schreibbaren ballistischen Systemen, die Tarnung gegen Radar- und Wärmebildkameras bieten, werden auch hochnanotechnische Gewebe in Sicherheits- und Militärbereichen hergestellt. Darüber hinaus führt das Unternehmen seine Tätigkeit kontinuierlich in der Produktion von Kleidungsstücken durch, die alle Anforderungen im Bereich Militär und Sicherheit erfüllen. Spectra, das die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, in denen im großen Maß investiert wurde, mit höchster Sorgfalt und Gründlichkeit verfolgt, führt die Qualitätskontrollen ihrer Produkte in den Laboren ihrer Produktionsanlagen intern durch und liefert sie gebrauchsfähig und sicher an ihre Geschäftspartner in aller Welt, ohne auf eine andere Prüfungsstelle angewiesen zu sein. Die Tarnung gegen Radar- und Wärmebildkameras 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020